Wie Sie über die Möglichkeit zu sterben denken, Mr. Galoncas. Ich, äh... Das kann ich nicht sagen. Ich... Ich glaube... Ich glaube es einfach nicht. Ich denke... Ich glaube, das passiert einem anderen. Es ist so, als ob man verurteilt wird. Man glaubt, man verdient es nicht. Was glauben Sie, wie Ihre Frau mit der Situation fertig wird? Damit fertig wird, meine Frau. Warum müssen Sie das tun? Kann man Ihnen nicht einfach in Frieden sterben lassen? Ich weiß nicht, ich... Die Projektgruppe der Sterbefälle ist neu, gerade gegründet. Sie hilft Ärzten und Schwestern, die richtige Einstellung zu den Sterbenden zu finden. Es wäre besser, wenn du dich daran gewöhnst. Sie weiß einfach nicht, was sie tun soll. Das sind ja die Verhasen. Das sind ja die Verkonomie. Das ist ja die Verkonomie.